Das ist das Tagebuch. Das Tagebuch unserer Fahrt. Nun hat die Schule wieder angefangen, aber meine Freunde und ich denken noch oft an die Ferien zurück. Wunderbare Ferien waren es. Wir haben nämlich eine große Expedition unternommen, bis in die Uhrzeit. Hallo! Hallo! Herr Mahmoud, sind wir hier richtig in der Uhrzeit? Seht mal! Vorsicht! Vorsicht! Schuss! 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 Schuss!